Genau, hier der kommt auch wieder weg, zack und zack, ah warte mal, und dann machen wir wie gesagt die Erdstraße jetzt da oben hin, äh hallo, hallo, so das muss sowieso weg, zack, zack, haben wir das auf der anderen Seite auch schon gemacht? Ja, ich glaube da hatten wir das noch gar nicht, ne, okay, pass auf, dann einmal eine Erdstraße nach oben, zack, 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 naja super, zack, ich weiß nicht ob das reicht, wahrscheinlich, nicht, eher nicht, aber, dann machen wir jetzt den hier und hier machen wir auch nochmal einen hin, so, und dann müsste sich der theoretisch dann damit verbinden, später, ne, für alle Leute, die sich jetzt fragen, hä, warum machst du das denn, warum machst du das denn, das, das wird sich ja dann jetzt hier verbreiten, weißt du, das Gras, das ist dann halt wie so, das wächst halt dann zu, ne, und bis es dann da oben ist, ähm, dauert es halt noch ein bisschen, aber dann können wir das nämlich so machen, ich bin halt am überlegen, ob ich dann, das so lasse, oder ob ich da vielleicht, damit man so ein bisschen, das müsste halt dazu dann halt passen, ne, na, lassen wir es erst mal so, gut, dann haben wir das, sehr schön, ähm, was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist, Le, Dach, hiervon, die Frage wäre natürlich, wie machen wir es hier, weil hier haben wir natürlich jetzt auch, jetzt haben wir, äh, 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 es ist immer dasselbe, ne, es passiert mir immer dasselbe, okay, pass auf, damit wir es jetzt, äh, schneller machen, ähm, Small Tunnel, und dann theoretisch, ich mach mal nochmal ein Jetpack an, wenn ich jetzt den mache, und den, warte mal, hat der den? Ja, ich sag, da müssen die nämlich alle weg sein, genau, dann machen wir das hier auch nochmal weg, Warum habe ich hier eigentlich, hier wollte ich eigentlich gar kein Glas reinmachen, ne, weil wir ja direkt aufs Dach gucken, warum hat er denn hier Glas rein gemacht? Da hat er ja vorher gesagt, ja, da brauchen wir kein Glas reinmachen, ja, ich, ich, ich frage einfach nicht, ne, ich frage einfach nicht, aber das war wirklich so, vorhin ist es mir wie die, wie die Schuppen vor den Augen gefallen mit der Erde, da hat er mir so, das kann doch nicht wahr sein, klar, natürlich, wir machen das einfach so, ne, ja, das ist, das ist halt so, wenn du so viele Spielereien hast, ähm, dann willst du natürlich immer wieder ein bisschen was anderes machen, ne, weißt du, wie ich das meine? Man will natürlich immer andere Sachen ausprobieren, und so weiter und so fort, aber im Endeffekt, ähm, ist halt dieser, dieser Weg dahin, dieser normale Weg, einfach dann halt auch der bessere, ne, theoretisch könnte man, und das ist mir nämlich auch eingefallen, vielleicht nochmal so ein paar Trapdoors da dran machen, ja, das machen wir, so Spruce Trapdoors, dass das wirklich dann aussieht, weil das soll ja so ein bisschen aussehen, wie, ähm, ne, wie Blumenkästen, ja, das machen wir, das probieren wir gleich mal aus, ähm, aber ich mach jetzt erstmal das Dach, und außerdem, muss die Erde ja erstmal sowieso zuwachsen, und daher haben wir jetzt erstmal ein bisschen Puffer, und wenn wir das hier soweit fertig, nein, wenn wir das hier soweit fertig haben, dann kümmern wir uns um die Kirche, zumindest das Dach, vielleicht hier nochmal, die Sachen austauschen, muss ich mal schauen, ne, eigentlich war das ja nicht geplant, dass die Kirche dann nochmal umgebaut wird, aber die passt halt hier, ich weiß es nicht, die passt halt aber hier irgendwie nicht dazu, weißt du, wie ich das meine, das ist so, wenn wir hier alles mit Fichten und Kobbel, dann ist das so, naja, obwohl, ich würde vielleicht, die Frage ist, wie passt das Dach dann dazu, ne, die Frage ist natürlich, wie passt das Dach dann dazu, weil wenn das auch aus Kobbel ist, ne, wie aus solchen Kobbeldingern, ich weiß halt nicht, ja gut, die Frage ist, kann man aus normalem Stein, ne, ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert, aber halt aus normalem Stein auch solche Dachdinger machen, weil dann würde es natürlich wieder komplett zur Kirche passen, oder unten haben wir die Kobbeldinger ja auch, es ist alles ein bisschen, naja, ne, es ist alles ein bisschen, naja, so, der müsste hier theoretisch auch weg, es wird schon wieder dunkel, äh, I love it, ähm, ja, hier wäre dann die Frage, wie wir jetzt hier reingehen, ob wir dann einfach normal reingehen, weil theoretisch wäre dann hier bla bla, ne, oder ob wir das dann, obwohl, das möchte ich eigentlich gar nicht, ne, ich möchte das eigentlich gar nicht, dass ich das da durchziehe, bis zum Ende, ja, das war schlau, ne, so, ich gehe nochmal schlafen, so, gute Nacht, Dächer sind immer so, ah, ich hasse Dächer, wirklich, ne, ne, das, das, das ziehen wir nicht da durch, das kann ruhig so bleiben, ähm, müsste man halt schauen, wenn ich das jetzt hier so durchziehe, warte, zack, ne, ach, ich hasse den Jetpack, ich hasse alles, ich hasse alles, so, äh, so und so, ja, der müsste natürlich jetzt mal eben weg hier, nein, hallo, ach Gott, ach Gottchen, ach Gottchen, sag mal, Mann, okay, das macht keinen Sinn mit dem Fenster, das müssen wir gleich nochmal rausreißen, ja doch, ich mach das so, das ist halt dann einfach so, ja, das ist halt so, ne, das ist halt so, so, pass auf, ich mach es jetzt einfach mal auf, Old Fashion Art, springen und, platzieren, ne, da müssten wir das, warte mal, ich mach das glaube ich jetzt mal eben, weil das Fenster macht ja überhaupt keinen Sinn da, weißt du, wie ich das meine, wir hatten doch noch, glaube ich, genau, diese Mix Dinger, das Gute ist, die kriegen wir ja wieder zurück, warte mal, kann ich hier Shapeless machen, macht er dann nur die 6, jo, so, zack, dann ist hier halt zu, ne, da müsste man halt gucken, ja, ne, 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 gewisse Wartungsarbeiten, wie auch immer, ne, je nachdem, na, sag mal, weil, ja, ich glaube, das mach ich auch so, weil eigentlich möchte ich ja, wir haben ja jetzt unten die Riesentreppe da gebaut, ne, das hat natürlich, war eigentlich nicht so geplant, das war eigentlich nicht so geplant, vielleicht mach ich das auch nochmal ein bisschen anders, ähm, weil eigentlich sollte das ja auch, direkt die, die Mühlenbäckerei mit da drin sein, weißt du, ja, wir schauen einfach mal, ne, ich könnte mir vorstellen, dass die Treppe einfach zu riesig ist, die sieht zwar sehr geil aus, aber ich glaube, die ist einfach zu riesig, so, warte mal, weil wenn der halbe Raum einfach nur aus Treppe besteht, ist halt so, ja, hm, aber ich mag Treppen, weißt du, das ist so das Ding, wenn ich so eine Leiter mache, ja, okay, brrrr, ist halt, ja, eine Leiter halt, ne, mehr ist das ja auch nicht, ja, da müssten wir halt echt mal schauen, da müssen wir, ach, Mann, verdammt nochmal, verdammte Axt, weil wie gesagt, das sollte ja eigentlich so sein, dass du da halt auch wirklich eine Theke drin hast, und so Regale mit Verkaufsgegenständen, wie auch immer, ich weiß halt, na, toll, ich weiß halt nicht, wie sowas wirklich aufgebaut ist, ne, ich bin mal gleich mit, der wäre hier, oh, vielleicht müsste ich dir nochmal eine raus, nochmal eine rausziehen, scheiße, ja, ja, das Ding ist halt halt, dass wir hier den Doppelten haben, eigentlich wäre der ja gar nicht da, aber da das halt immer so blöd aussieht, wenn du halt direkt vom Stein aus anfängst, das Dach zu bauen, zumindest mit den Dingern, ist halt immer so, ja, ja, ich meine, ich werde auch irgendwann mal Dächer wieder bauen, mit, weiß ich nicht, mit Stufen, ne, so wie wir es halt kennen, haben wir ja sonst auch immer gemacht, ne, mit Stufen, genau, aber da wir halt die Möglichkeit haben, auch hier mit anderen Materialien zu bauen, weißt du, ja, mache ich das mal, und das doch soll ja eigentlich auch nicht so riesig werden, müssen wir mal schauen, bis wann wir jetzt hier hochgehen, die Katzen machen schon wieder den Jumping Jack da, ich höre es die ganze Zeit immer nur Bull an, dann ist das Dach ja schon fast größer als die Kirche selber, eigentlich ist das, die Mühle ist größer als die Kirche, hm, weißt du was, ich reiß die Kirche, nein, nee, 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 zu viel Arbeit, da machen wir nur ein paar, nur ein paar Feinjustierungen, und, äh, theoretisch, wollten wir ja da unten, na, sag ich mal, wollten wir da unten ja auch die Bibliothek nochmal ein bisschen ausbauen, ich bin halt am überlegen, ob ich die Kirche erstmal nach hinten verschiebe, ne, dass wir erstmal die anderen Sachen bauen, wie zum Beispiel jetzt halt die Mühle, weitere kleine Häuser, einen Marktplatz, wie auch immer, im Rathaus, müssten wir halt mal schauen, ähm, ne, und so weiter und so fort, das war nicht schlau, was ich gemacht habe, na gut, ja, ja, ne, weil das, die Kirche kann eigentlich warten, ja, ich würde da gleich vielleicht nochmal so ein Haus hinbauen, muss da sowieso nachher mal, ähm, den Parkett auswechseln, da haben wir ja noch die Fichtenstimme drin, aber dann machen wir da normale Fichtenholzbretter, ich weiß nicht, was der Vergangenheitsschon sich dabei gedacht hat, da die Stimme mit reinzubauen, ja, ne, dann nehmen wir mal lieber, äh, die Fichtenholzbretter, sieht auch, glaube ich, besser aus, aber ich glaube, das Ding ist so, ähm, dass man sich, und ich glaube, das ist auch so bei Minecraft, ähm, dass man was baut und sagt, ja, das sieht gut, ja, das sieht mega geil aus, ne, und dann, kommt man da irgendwie wann wieder hin, ne, jetzt wie zum Beispiel mit dem Mühle, dass man sagt, okay, komm, hier haben wir noch ein bisschen was zum Ausbauen, guckt sich dann die Sachen an, die man dann in der Vergangenheit gebaut hat, und denkt sich so, also irgendwie, was, was habe ich mir dabei gedacht, ne, was hat sich Vergangenheits-John, oder Vergangenheits-Lisa, oder Vergangenheits-Jana dabei gedacht, ne, liebe Grüße gehen raus an Jana und Lisa, wer auch immer Lisa sein mag, liebe Grüße gehen raus, ich weiß nicht, warum ich immer, wenn ich sage, liebe Grüße gehen raus in die Kamera schaue, ich kann es dir nicht verraten, es ist, glaube ich, einfach nur so ein, es ist halt einfach so ein Tick, also nicht direkt in die Kamera, aber diese Kopfbewegung nach oben, weißt du, dass man über den Bildschirm guckt, weil ja die Kamera eigentlich zentriert ist, ja, weiß ich auch nicht, ich glaube, das ist schon so ein Tick, ne, ich bin einfach daran gewöhnt, obwohl ich jetzt sehr, sehr lange nicht mehr, ja, okay, letztes Mal, ne, unser Exkurs auf, 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 auf Steam wollte ich schon sagen, auf Twitch, ähm, ja, aber ich finde es krass, dass das so krisselt, also ich kann mir das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, oder ist es tatsächlich, weil 1440p streamen, ich glaube schon, ne, ja, weil normalerweise, wenn wir sowas nochmal machen sollten, dann mache ich das wieder auf 1080p, ne, so, so mit Aufnahmen, so machen wir 1440p, aber wenn es zum Stream geht, ich weiß auch gar nicht, warum er das, ähm, im Stream so übernommen hat, also die Stream-Einstellung 1440p, ähm, ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, aber letztes Mal, ähm, wo wir dann, ähm, ne, noch im, rp waren, da hatte ich ja auch die ganze Zeit immer so, ne, ich weiß gar nicht, ob das bei OBS war, oder bei Twitch selber, ähm, mehr oder weniger eine Fehler, was heißt Fehlermeldung, aber irgendwie so eine Warnung, ähm, irgendwie Qualität stimmt nicht irgendwie überein, weißt du, und dann konntest du halt, wirklich bei Twitch eine 1440p auswählen, oder halt 144, weißt du, es ist dann so, ja, das will ich ja nicht, so, das müsste reichen, genau, das soll ja nicht vollkommen wieder hier sein, dann machen wir das mal so, zack, 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 und dann kommen oben wieder die Paneele drauf, so, äh, Paneele haben wir hier, ne, dann ist das hier echt alles recovered, gut, gut, dann haben wir das nämlich auch fertig, schauen wir uns das mal an, wie es ausschaut, ja, ja, ich glaube, das ist gut, dass wir es so gemacht haben, ne, ah, guck mal da, siehst du schon, ne, geht schon hoch, ja, sehr schön, freut mich, alles klar, dann lass uns mal pennen gehen, also auf den werde ich jetzt auch mal hier, jetzt reicht's mir, hier müsste eigentlich auch noch so eine kleine Werkbank oder so rein, ne, so eine kleine Werkbank, ja, 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 so, okay, jetzt haben wir das Dach auch fertig, jetzt ist natürlich die, die Fragi, die Fragi, ob man hier so einen Eingang reinmacht, ne, ja, wir schauen erst mal, wir schauen jetzt erst mal von unten, ja, hier siehst du, ne, es ist halt so eine riesig, riesengroße Treppe, weil hier war ja plan, dass die hier ein bisschen leben, ne, und theoretisch, was ich jetzt gerne machen möchte, wir packen erst mal die Dinger wieder weg, die brauchen wir jetzt erst mal nicht mehr, Entschuldigung, dann machen wir hier auf jeden Fall zu, ne, theoretisch ist das, hat das hier überhaupt keinen Mehrwert hier, so, ja gut, mach zu, nein, dass hier dann so ein Zweierding reingeht, ne, Zweiertreppe, äh, Zweiertreppe, Zweier Tür, dann geht man hier so, lalalalalalalalalalalalalala, und jetzt wollte ich mal schauen, ob ich das hier wirklich wie, wie das wieder so ein, ne, ein Circle of Life mache, die Frage ist natürlich dann wieder, nehmen wir dann wieder unsere glatten Steinstufen, wir haben keine glatten Steinstufen mehr, oder nehmen wir, eigentlich könnten wir ja auch mal, ähm, Dings ausprobieren, ähm, wie heißt es, ähm, wie heißt es, wie heißt es, hier, ähm, ach mein Gott, Fichtenholzstufen, ne, könnte man vielleicht auch, ich weiß halt aber nicht, ob das dann so, ne, ob das dann so, passt, man könnte es, natürlich, könnte man es ausprobieren, so, warte mal, hier war der Karpnetz, Karpnetz, aber hier haben wir nur sowas, ähm, wir haben noch eine Werkbank Werk-on-E-Stick, ne, kann man aus denen eigentlich direkt schon mal, ne, kann man nicht, da muss man wirklich zum Architekt-Cutter, ne, okay, hatten wir nicht hier eigentlich auch eine, wollten wir denn die andere Werkbank, da haben wir die im Inventar schon wieder, äh, nö, doch da, Mason's Table,